Und wo sind die Kameras? Wieso macht sie das so nervös? Wir müssen das unbedingt alles filmen. Es ist wichtig. Sonst wäre dein Geständnis eventuell nachher anfechtbar. Geständnis? Du wirst den Mord gestehen. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Du hast nichts gegen mich in der Hand. Absolut nichts. Du musst einen neuen Weg finden. Die wichtigste Regel ist, jeder ist verdächtig. Sie haben mir ein Motiv geliefert. Das sollte ich haben. Du hältst dich für intelligenter als mich, ja? Ja, tue ich. Hast du die gefunden? Ich bin der Beste. Wir haben keine Beweise. Maxim hat was gefunden. Es hat mit Malek zertrunken. Wenn du ihn erwischst, gebe ich ihn aus. Was? Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Die einzige Lösung ist, den Mörder schnell zu finden. Das werden wir. Wir haben den Daumenabdruck, verstehe. Also Selbstmord. Nein. Es ist Mord. Hier ist eine Leiche. Brauch's mit dir. Sofort. Und ruf Verstärkung. Das ist dein Befehl. Verfluchts. Scheiße, was ist das denn? Bob? Ah! Das ist ein Leiche. Untertitelung des ZDF, 2020